Was hast du denn jetzt gemacht? Meine Granate. Wie hast du sie eingesaugt? Meine Granatenbott. Du hast aber einen Staubsauger dabei. Du machst das sehr gut, Early. Solltest Hausfrau werden, finde ich. Ich finde... Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. BORDERLETZ! BORDERLETZ! BORDERLETZ 2. BORDERLETZ 2. Und... FEDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. Das sieht geil aus. BORDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. BORDERLETZE PART. Zwei. Zwei. Was hast du für Musik? Eins. Neue Musik. Yeah. Für die Kreatur ist es auch nicht so ein Erste. Das ist nochmal, ey, sag mal, ist das wieder eine Fünf-Runden-Arena? Und da haben wir wieder Spaß, doch. Gibt es auch wieder einen Zuschauerbereich für dich, damit du verreckst? Ja. Warte, den Kredi mit dem Kredi... Ich hab einen mit dem Kredi getötet, das ist doch eigentlich da. Den zweiten mit dem Kredi... Naja, fast mit dem Kredi getötet... Sterb doch. Alter, 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 da sind diese Schockviecher! Da sind diese Schockviecher schon in der ersten Welle! Wollt ihr mich verarschen? Die sind noch easy, Walui, was hast du denn? Die sind noch nicht mal tot! Hier, machst du einmal ihn hier. Ja? Sehe, wie easy die sind, Kollege. Alter! Oh, die sind kaputt, warte, warte, warte! Der lebt immer noch! Immer noch! Ich bin halt tot! Hatsch! Das war schlecht! Alter, was hat er gerade explodiert? Deine Waffe? Nee. Hammer, Rinder! Bam! Oh Gott, ein Ritter! Ein Ritter! So was Edles haben wir hier. Wow! Komm, noch ein Kred noch ein, Öl, die einer noch hier. Bei den Fingern weiß ich nur nicht so genau, wo man kritten soll. Ah, ja, ja. Hinten am Bauch oder hinten am Hintern. Am Hintern haben die keine Pfannenbrust. Okay. Dann dreh sie mal um. Zack! Kaputt. Nächster! Das ist die halbe Miete, Baby! Okay, das war schon die erste Runde, jetzt ist die Hälfte der ersten Runde. Die Musik gefällt mir halbwegs. Na ja, die andere in der anderen Arena war ein bisschen cooler fand ich. Ja, auf jeden Fall. Das hat aber auf jeden Fall auch was. Kann das nicht sein, dass wir wieder, wenn wir dieses Ding hier machen, ultra überleveln? Also, reine Vermutung. Ja, so viel werden wir auch nicht machen. Wir sind zu einem Level. Und wenn wir halt 15 Nebenquellen machen, ist natürlich klar, dass wir noch mehr Level kriegen. Na ja, klar. Resistent. Nein, das ist ein giftiges Vieh, was resistent gegen meine Giftattacken ist. Was soll das? Aua. Weiter! Weiter! Ja, komm schon! Drei Viertel haben wir jetzt schon. Los, schick uns einen Mops rein, Kollege. Da hinten, eine Königin. Die gibt fetten Loot. Die ist gleich im Arsch. Immer diese Penner, die resistent sind. Dann brenn halt, Mann. Gürte tausend Feinde bei Tag. Ja, schön. Kommen, das kriegen wir noch hin. Ich sehe nichts. Wo sind die Ideen? Da. Alter, ohne Scheiß. Wir haben die T am Anfang der Runde gerufen. Der ist immer noch da. Der ist noch nicht mal bis zur Hälfte. Lol. Alter, jedes Mal, wenn der Kill macht, geht seine Zeit einfach mal um knapp 15% wieder hoch. Cool. Freut dich doch. Bei mir ist es leider so ein Proppkill. Ähm... Ii, 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 ii. Was? Dieses fette Spider-Rant. Ii, ii. Ja, der macht vor allem sauviele Hälfte aus. Alter, es gab noch Rungschaften. Yo. Hast du auch bekommen? Äh... Ah, da kommt schon öfters noch. Einen fetten Feind getötet. Ich fühle mich etwas beleidigt. Ja, die ersten Runde haben wir geschafft. Wow. Wow. Fette Party. Hey, das ging sogar schneller, ja, muss man ja sagen. Schneller als in der anderen Arena. Da, du, hat geantwortet, dass er Dienstags keine Zeit hat. Okay. Hey, heut macht ihr irgendwas für mich gemacht. Ja, sie steht auf dich. Runde Nummer 2. Warte, die Unionen nicht hochfahren. Ja, warte, ich muss eben... Ah, ich hab einen legendären Skin gekriegt. Also einen epischen, warte. das heißt gedroppt bei dem fetten vieh red nose day läuft bei dir ja den werde ich wohl nicht so schnell benutzen ok er weiß er steht genau daneben statt auf den rauchten nein es kann man das ding für schaden normal ja ich habe alle spiele sind erforderlich um die runde zu beginnen ja klar gut dass meine güte ja total alle ich würde jede mit einem schuss oder was für eine der schweren runden nein das sind die vier die sich verwandeln ja johle ok halten wir fest diese waffe taucht hier gar nicht gerade also shotgun ist hier eher nutzlos finde ich deswegen habe ich meine auch wenn man schaut kann es hier gar nicht so nutzlos so nutzlos oder formal sind wir international gewissen sehr schön das problem ist hier können sich diese viecher auch wieder so mega entwickeln die aufpassen hier weniger haben wir keine versteckung da hier da war schon wieder fast ausgewachsenes die morfen hier näher war ich gerade der hatten war noch nicht lange du hast das einig gesehen du bist blind was wir brauchen ewigkeiten zu machen ein schnauze nehmen da ja sein nein ich muss mir dringend nachher die zion kaufen weil ich sehe dass meine schottkern politik position munition nicht so lange machen wir mal eine kritz hier damit wir ja du bist halt der bessere kriter mit schottkern ist es so naja das hat so eine große streurate dann gehen wir mal ein viech ja nimm die kleinen aber ist die groß nämlich wir müssen ja auch mal herkommen die kleinen viecher geht mal zu early geht zu early böse viecher die hälfte also ich muss sagen das geht was war das denn gerade alter das war meine waffe die ich weggeworfen habe entschuldige ok malui ich lasse ich denn mal alleine ich wünsche viel spaß warum super bett er ist ja schön ich dachte bett es wäre die höchste stufe aber nein es gibt einfach noch den nein 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 es gibt noch so gott like gott like weiter ist fast dort aber nicht einfach sie ist hier rein hat jetzt auch nicht geholfen es hat sich verbunden ich versäuchte es einfach nur iridium ist da nur iridium hier war nicht okay müll aber wie viel iridium ne ja ja richtig nice voll die iridium fahren hier noch so ein super badass mistvieh komm da raus du lappen wer erlaubt dir sich einzubuddeln die halbe miete die halbe miete ja ich mache die wir nicht einsammeln können schon schlimm hier ist iridium was du nicht eingesammelt hat oh gott 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 das wird ja immer schlimmer hier was ist das für riesen viecher alter oh nein nicht gut gar nicht gut bleib hier unten komm sofort kämpfe gleich gegen den super bad ist wenn ich gegen den dingen ich bin gespannt wir haben hier zwei davon ja schön ich freue mich für uns nicht ich sehe keinen ich ignoriere sie gerade einfach ich mache erstmal die kleinen weg nein da war gerade einer dabei sich zu verwandeln kritisch na ob wir das schaffen mit kritisch ich glaube jetzt ist schon vorbei mein freund komm runter da anna jubel komm runter da der verkennt sie da oben ich vermisse meine munition dann mach ihn halt weg das Problem ist wenn er da nicht runter kommt kriegen wir keinen loot er kommt ähm still du mal da oben bleib mal da komm da runter jetzt nicht im ernst voll verarscht das war gar nicht oder wie doch ich glaube das waren zwei ja geh wieder da hoch geh wieder da hoch danke komm da runter ich glaub schon wer du bist trefft nicht mit mir trefft den nicht ey fang meine waffe du penner und gute nacht bäm level up sogar oh fertig ach das war's ja da hinten wow wie alles regnet da sind die lila ne die gucken wir uns erst an was ist das ziemlich schrott ziemlich schrott das ist ein smg er ist trotzdem ziemlich schrott diese schrott weil die nur 700 schaden einer was hast du denn für eine smg bitte und über die was hast du für eine smg bei lui ich habe keine smg hat das nicht mal smg gehabt nein das hätte sie mir geben können die machen mehr schaden als meine äh 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 doch die machen mehr nein das ist doch eine äh assault rifle meine nicht smg das hätte sie mir geben können ja ich habe sie doch noch du kannst sie ja immer noch haben heule mal nicht so rum wie so ein zwölfjähriges mädchen wobei guck mal nach ob die irgendwie effekte hat du hast komplexe warte ähm hab ich gesagt die macht 700 schaden die macht 550 schaden mhm und hat verbraucht 4 munition pro schuss hat nur 22 äh magazingröße und verursacht extra explosiv schaden ist also voll scheiße mhm naja ne ich bin über den level up und kann skillen und du ja mein freund wenn du anders einkaufst ne nur du er gesagt soll nicht sterben dann braucht man Geld so und jetzt geben wir das hier nochmal dann kommen wir jetzt in die nächste Reihe das töten eines feindes durch einen kritischen treffer verursacht äh 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 WEJ äh äh 1 Du hättest ja einfach mal warten können, weißt du? Ich hab vergessen mir Munition zu kaufen, lass mich wieder runter! Egal. Ich schaff das auch so. Ich schaff das auch so. Ja, ich schaff das auch so. Fang einfach an. Do the button. Ich mach das. Du bist unfähig. Hallöchen dich von Tana und willkommen zu einer neuen Folge von Borderline. Du bist unfähig, jetzt drück den Knopf. Zwei. Mit dem unfähigen Knopf. Du bist so dumm! Was ist das für ein Bullshit? Ja, auf dem Schalter soll man noch nicht stehen, ist verboten. Also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Leute, hier ist Badrock, Uli Morg. Uli Morg. Badrock? Ja, wie konnten wir den denn töten? Badrock kannst du doch gar nicht abbauen. Ha! Ha! Ach, lustig. Da ist noch einer auf Badrock. Ja. Ich denke fest, ich kann mich nicht bewegen. Wir campen gegen Fossi-Fiecher, Balu. Na, ich dies fürs Wort. Ja. Nur noch Fossi-Fiecher. Ja. Aber nur, wenn sie, ähm, naja. Wie sind sie noch? Was kommt da? Wo? Oh mein Gott. Badass Badrock Bully Morg. Geile Sache. Wie viel XP die einfach geben, ey? Wie viel denn? 400 irgendwas. Was? Ja, normale geben 100. 200. Keine Ahnung. 200, dieser kleine gerade. Also, meine FMG ist relativ effektiv gegen die. So, jetzt Death Trap, hau mal in da. Oh, hier ist noch Iridium. Du hast Iridium vergessen, Junge. Nicht ich, du. Ah, je Mist. Ich bin auf die Schnauze. Und da hinten auch. Guck mal, jetzt noch ich die allein. Was hast du denn jetzt gemacht? Meine Granate. Wie hast du sie eingesaugt? Meine Granaten. Du hast aber einen Staubsauger dabei. Du machst das sehr gut, Early. Sollte es Hausfrau werden, finde ich. Ich finde, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass Early Boy ein superguter Hausmann wäre. War nur nix da. Ich finde das gut. Auf die Schnauze. Ich habe ein Problem. Ich habe gerade eine Schotze. Early, 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 Early. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mich retten. Death Trap 1. Retten 0. Bitte. Nehmen wir mal was an dem Balu hier helfen. Er kriegt nichts. Alle auf die Reihe hier. Danke. Ich helfe dir. Ich kriege nichts auf Reihe. Dein Death Trap hat einfach mal meinen Mob gekillt. Mein. Ich habe was geschafft. Das ist nicht mein Problem. Dein Alltag. Oh, ich habe was geschafft. Soll schaffst du nichts, ne? Ich habe die ganze Zeit was. Nichts schaffst du. Gar nix. Ich halte dich bei Louis. Du bist ja unfähig. Oh Mann ey, Louis. Auch diese, diese blöden. Das ist die halbe Miete, Baby. Das war schon wieder eine Face. Eine, eine Runde. Schau. Guck mal, da geht er jetzt. Schlag auf Schlag. Nur diese Schockviecher, die mag ich überhaupt gar nicht. Diese Korrosions sind schlimmer. Sind alle ganz schön schlimm hier. Okay. Genug rumgeblödet. Na, die hauen die einfach kaputt. Du hast einmal keine Chance gegen die. Ich habe mich nicht mehr gelassen. Ich finde die Elektro viel schlimmer, weil du dagegen es nicht machen kannst. Na, der ist aber down. Puh. Schon anstrengend genug hier gerade. So war alle mit ihr an Cola. Money, money, money. Denn man kann nie wissen, man ist. Wir haben schon fast geschafft. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Nee, das ist jetzt dritte Runde. Ja, vielleicht kommen wieder fünf. Wie beim anderen. Aber ich bin nicht so ganz sicher. Die Tee ist schon wieder weg. Was? Du hast nicht gesagt, der hält 100 Jahre? Ja, der hat wohl keine Gegner gehabt. Beziehungsweise hat sie nicht getötet gekriegt. Alles Gert, man. Den muss ich noch ein bisschen aufskillen. Gibli Nive Badabab. Ja, ich kriege einfach mal... Oh, das war es schon. Tja, ja. Einmal easy go. Ja, ich kriege bald ein Skill, das einfach mal jeder Schuss meinen Berserker verlängert. Ich kann einfach dauerhaft schießen. Und dann... Oh, hier. Staubsauger! Das ist, glaube ich, die geilste Granate, die ich je gesehen habe. Oh, ja. Definitiv. Na, was hast du jetzt zu sagen? Ja, solltest du auch nicht. Die vierte Runde. Die Kreaturen des Gemäldes. Jubilä. Ja, ich würde aber auch sagen, bevor wir in die vierte Runde gehen, äh, müssen wir die Runde beenden. Wir hoffen, euch hat das ganze gefallen. Falls ja, lasst den Däumchen nach oben da. Ja, falls nicht, auch. Ja. Und, äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass Early ein guter Hausmann wäre mit seinen Staubsauger... Äh, Staub... Staubsauger... Granaten! Also, haut da rein! Macht's gut! Hashtag Early, der Hausmann! Bis dann! Tschüss! 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 Schaust-